Wir haben ja schon einen kleinen Einblick in den Totenbeschwörer bekommen. Hier noch ein paar kleine Infos. Zudem ist ja der Patch 2.6 rausgekommen. Ich würde sagen erstmal machen wir uns neue Flügel. Gefährten, die wir den neu bekommen, lege ich direkt. Porträtrahmen haben wir den bekommen. Totengehorchen hier. Und Flagge. Und jetzt mal schauen, wer Capcane zu sagen hat. Habt Dank. Aber warum habt ihr euer Leben für mich riskiert? Ich glaube, wir können uns von gegenseitigem Nutzen sein. Eure Nichte sagte mir, dass ihr hier seid. Oh, es ist wundervoll zu hören, dass Lea wohl auf ist. Ich hatte das Schlimmste befürchtet. Ich habe durch alte Karten, die ich einst fand, von diesem geheimen Durchgang erfahren. Wenn wir die Kampagne durch haben, folgt der Abenteuer-Modus mit Challenge Rifts und alles weitere, was in Patch 2.6 dazugekommen ist. Wir müssen über den gefallenen Stern sprechen. Folgt mir nach Tristram. Ich habe Leas Onkel Deckard Cain ausfindig machen können. Er wurde von einer untoten Kreatur verfolgt, dem Skelettkönig. Er versperrt den Weg zum gefallenen Stern. Die Prophezeiung der Endzeit deutet es sicherlich als Zeichen, dass das Ende begonnen hat. Bitte, Onkel, keine deiner Geschichten mehr. Es zählt im Moment nur, dass du zurück bist. Der Skelettkönig war einst unser geliebter Herrscher Leoric. Er wurde von Diablos Bösem in den Wahnsinn getrieben. Er hat seine beiden Söhne verloren und auch seine Seele selbst, bevor er endlich besiegt wurde. Nun scheint es, als wäre er auferstanden, um dieses Land erneut heimzusuchen. Ich werde einen Weg finden, ihm sein Gleichgewicht wiederzugeben. Der Schlüssel, ihn zu besiegen, ist seine alte Krone. Sucht unseren Schmied Hedrick auf. Er weiß, wo sie zu finden ist. Lea, du solltest die Zeichen nicht so leicht abtun. Glaubst du denn nicht daran, was du mit eigenen Augen siehst? Tristram wurde schon von vielen Schrecken heimgesucht und hat Stand gehalten. Aber was ist mit den Schriften? Die Fulianten der Zakarum warnen vor einem fallenden Stern. Die horatrischen Schriften sprechen von lebenden Toten und dem Herrn der Lügen. Die Prophezeiung der Endzeit besagt, dass am Ende aller Tage das erste Zeichen am Himmel erscheint. Ja, du erzählst mir von diesen Schriften, seit ich acht Jahre alt bin, Onkel. Ich denke bloß, dass wir nicht zu viel in sie hinein interpretieren sollten. Okay. Ich habe ein paar neue Waren, die dir bestimmt gefallen werden. Mal gucken, was du so hast, ne? Du musst mir aber versprechen, dass egal, was ich dir verkaufe, du sehr gut darauf aufpassen wirst. Mal gucken. Versprechen. Mal gucken. Jetzt ist es ernsthaft besser, shit happens. Naja, egal. Ich helfe mir ein wenig. Stopp. Ah, das höre ich mir jetzt. Ihr seid der Schmied hier, nicht wahr? Ich komme mit einem Anliegen zu euch. Nicht jetzt. Meine Frau, sie ist im Keller eingeschlossen. Genauso wie die anderen, die gebissen wurden. Mir wurde aufgetragen, sie alle zu töten. Aber wie soll ich meine eigene Frau umbringen? Alle Wege führen in den Tod. Ich kann euch helfen. Hab Dank. Folgt mir. Hey, komm her. Hey, komm her. Entschuldigung. 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 Mirra, meine Liebe, bitte vergib mir. Ah, Hedrick, hilf mir! Ja, komm, ja, komm, ja, komm. Bumm, vergesse. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft. Ich stehe in eurer Schuld. Mein Name ist Hedrick Imon. Es gibt einen Weg, eure Schuld zu begleichen. Ich suche nach König Leorex Krone. Da kann ich euch weiterhelfen. Sie wurde mit in das Grab seines Kanzlers gelegt, meines Großvaters. Ihr werdet sein Grab auf einem Friedhof im Heim des Weglagens finden. Und wenn ihr meinen Narren von einem Lehrling da draußen seht, dann sagt ihm, dass er zurück in die Stadt kommen soll. Ich glaube, dein Lehrling ist tot. Abgeschlackt. Der andere. Damit sollte ich es aufnehmen können. Ich werde schwächer. Hedrick! Ah, das war ein bisschen. Ach, das war ein bisschen. kreaturen verortet sind um irgendwelche anderen fleischfresser anzuziehen ich traf einst einen zerlumpten burschen der behauptete als dieser dieser darauf abgerichtet zu haben ihn große ratten zum verzehr zu bringen aber ich bin sicher diese geschichte ist völliger unsinn verfault und verortet das ist euer grab ruft nach euch die letzten tagen von könig leoricks herrschaft konnten selbst die gebeine der vor ewigkeit gestorbenen nicht ruhen sie nahmen ihre verfallenen rüstungen und waffen wieder auf und sind nun bereit alles niederzumähen das atmet sie mögen vermodert und gebrechlich sein doch ihre verdrehte intelligenz macht aus ihnen beachtliche gegner das nie Ratma hat mich gesegnet. Der fehlende Kopf, yes. Der fehlende Kopf. Der fehlende Kopf. Der fehlende Kopf. Der fehlende Kopf. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge.